Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier und heute gibt es zwei Raids auf Labs. Der erste ist noch von dem Event, wo man kostenlos auf Labs joinen konnte und der zweite ist dann mit Benji und Beutel und mit mir natürlich auch auf Labs. Und das war unser allererster gemeinsamer Raid, fiel dementsprechend kurz aus. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, lasst mir gerne ab oder like da, würde ich mich riesig freuen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, tschüssi, euer Senseless. Ja, alter, aber alter, war der aus Staat. Da ist noch einer, Vorsicht. Das ist ein Raider. Ja, das war auch ein Raider. Lebt noch. Der hat mich hebb böse gehittet. Muss halt noch nachklippen. Muss einen Arm anflicken. Das sind mehrere. Ich hätte das Licht vielleicht mal eh anmachen sollen. Alter, die schießen dir instant den Arm weg, ey. Was ist denn das? Immer noch einer. Wieder einen Arm anstorben. Wir müssen aufpassen, dass sonst keiner um den Rücken schießt von hinten. Ich muss mich erst mal heilen. Ich muss noch mal weiter stacken. Keine Granaten mehr. Ich muss mal zu dem Raider vor und dem eine Granaten abnehmen. Erstmal einer ist noch da, gell? Mhm. Kupoki pusht, glaube ich. Was, da sind noch ein paar? Ja, die hocken. Vielleicht steckt die in der Hocke vor der Tür. Oh, warte. Ich, ich. Oh, die nebeneinander hocken. Ich guck mal hin. Lustig aus. Warte, was ist mit? Okay. Hast du da gut weggrasiert? Ja, ich brauche zwei oder so. Einer müsste noch da sein. Genau hinter mir. Genau hier neben der Wand. Genau. Oh, einer? Habe ihn, habe ihn, habe ihn. Okay. Da sind noch zwei. Brauch mal Granaten. Aber ich habe schon wieder den Arm weggeballert, Alter. Die machen keine halben Sachen, die Jungs. Nein, mein Arm hat jetzt gleich noch sechs Lebenspunkte. Ich habe schon wieder einen Mech verschossen, Alter. Ich habe schon wieder einen Mech verschossen, Alter. Und da ist noch, da ist schon wieder einer, Alter. Da ist noch einer. Ich mache schon da uns mal die Tür zu. Ja, ja. Alter, er hat es auf dich abgesehen. Ey, das gibt es ja nicht. Ey, was für Typen. Bist du tot? Nee, aber... Ich habe mich noch an Stücke geschossen. Ja, ja. Meine Heiler geht gleich aus. Ja, ja, mir auch. Wir müssen die Reiter looten. Die haben noch zwei. Ja, aber da ist immer noch einer. Ja, aber ich gehe gleich hin. Oh, meine Arme ist schon wieder fast runtergeschossen. Ja, beide Arme schwarz. Nach der Aktion bin ich... Habe ich auch kein CMS mehr. Ich habe noch... Was war noch? Bin ich überhaupt? Oh, ich muss meinen Arm auch reparieren. Aber dann habe ich noch drei von fünf. Wenn jetzt noch ein Player kommt, sind wir sowieso am Arsch. Ja. Alter, er kriegt sich gar nicht wieder ein. Aber da steht vor der Tür, ne? Der wartet nur drauf, dass wir wieder rauskommen. Aber wir müssen auch passen nicht, dass der hier reinkommt. Ja, den müsst ihr mal wegmachen. Ja, ich gucke gleich. So, kurz heilen. Medikit. Ob hier, der Oma auf seinen Flaschen steht. Ja, meine Bodyarmor kann ich eigentlich wegwerfen. Meine hat noch zwölf. Ja, dann macht er. Er ist down. Wir müssen uns ein bisschen hier rumlooten und abfahrt dann. Ich bräuchte einen mit einem Rucksack. Rucksack hat er nicht. Aber meiner hat so einen Kleen zumindest. Welchen Loot des Juden? Den nach vorne? Ja. Auch besser als gar nichts. Magazine-Venturen. Heiler. alter das kann doch nicht wahr sein unten da in dem raum wo wir gerade waren da unten kommt sie nicht wir sind ganz am ende und und Ich bin tot. Mist. Ich hab ihn, aber er hat mich auch noch. Ach, shit. Es waren zwei. Es waren zwei. Mist, wieso haben meine Granaten die nicht in tausend Stücke gerissen? Oh, jetzt. Ui, 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 ui. Wir sind im Treppenhaus. Auch noch irgendwie oben oder sowas, glaub ich. Einfacher Pucks. Wollen wir erstmal runter in den Keller rennen? Ich hab keine Ahnung, Matzo. Ich hab keine Ahnung, Matzo. Du musst es vergessen. Du musst sagen, was wir machen. Wir kennen ja nichts. Weil unten sind die Hebel für die Fahrstühle. Wo ist es schon alt? Gleich sind wir weg, Junge. Sowas von weg. Ah, ich weiß, wo wir sind. Kommt mit. Das hast du jetzt gemacht heute. Ich wollte das grob umschalten. Kommt mit hier durch. Da schießt einer. Hier ist schon mal ein Fahrstuhl. Ne, wo ist denn ein Fahrstuhl? Irgendwo. Hier. Ne, hier vorne ist der Fahrstuhl. Die Tür. Hier ist der Fahrstuhl. So. Wir hätten mal die Tür hinter uns zumachen müssen. Kommt mit. Weil wenn hier jemand durchschießt, ja. Oh, Exception Point, ja. Hier ist der Hebel. Kommt mit hier hinten. Ne, hier. Da ist der Hebel für den Fahrstuhl. Jetzt kommen wir raus. Los. Ja. Das würde glaube ich sogar funktionieren. So, jetzt zeige ich euch den nächsten Hebel. Ist hier gerade jemand von euch auf Metall gelaufen? Ne, rechts von uns ist jemand. In dem Raum. Granaten? Ja. Die sind im Nachbarraum. Ja. Da hört man auf mit den Waffen zu klappern. Ich weiß nicht, was hier immer mit den Waffen klappert. So, kommt. 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 Die fallen bestimmt nicht an die Granate rein, Alter. Na ja, klar. Okay, jetzt kommt er. Über die Tür. Ich hab den Tür wieder zugemacht. Was ist denn? Wir kommen hier gar nicht raus, oder? Ne. Schieß auch mal einfach mal, weil es fetzt. Ja du circul angesehen hast. Lass sie mal nicht wissen, dass wir mehrere sind. Wir sind in der Bracht. Ich hab das schon sensierst. Ich hab das nicht, ne? Lass sie mal nicht wissen, dass wir mehrere sind. Nein, ich habe die Kranade zu uns reingeschmissen. Ach, leck mich doch, wieso denn, was denn, wie denn? Seid ihr tot? Ich habe die Kranade zu uns reingeschmissen.